Hallo, mein Name ist Frank Jurisch. Ihr seid heute zu Besuch bei mir im Studio. Wir haben ein paar super tolle Sachen vorbereitet und ihr könnt heute einen kleinen Blick hinter die Kulissen erhaschen. Los geht's! Also mein Name ist Frank Jurisch. Ich bin hier aus Oberhausen und 40 Jahre mittlerweile alt. Fotografiere seit ungefähr, ich sag mal zehn Jahren ungefähr, seit der Geburt meines Sohnes. Obwohl ich eigentlich vom Typ her eher ein zurückhaltender Mensch bin und nicht so offen auf Leute direkt zustürme, war doch dann halt die Faszination mit Menschen zu arbeiten einfach am größten. Und dann ist es einfach so gekommen, dass ich in die Fotografie, in den Fotografiebereich so reingerutscht bin. Und dann halt von Jahr zu Jahr halt immer professioneller. Und mittlerweile mache ich das professionell halt. Also mich inspiriert auf jeden Fall gute kreative, vor allem kreative Fotografie. Es gibt unheimlich viele, unheimlich viel und extrem gutes Fotomaterial im Fashion-Bereich, wenn man ein bisschen sucht. Also komplett weg von den Idealen Standard, die man vielleicht hier aus Katalogen kennt. Wirklich extrem kreative Fotografie, wo ich nicht verstehe, wo kriegen die Leute diese Ideen her? Also so Sachen inspirieren mich dann total. Mein Fotostil ist auch so ein bisschen geprägt von dem Fotografen Rankin. Den habe ich am Anfang stark verfolgt, wie er arbeitet, welche Bilder er macht und wie er vielleicht auch irgendwie Ausdrücke der Person in dem Bild festhält. Und das, das hat mich inspiriert und da habe ich versucht, auch so ein bisschen immer so ein bisschen nachzuahmen. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Einfluss, den meine Fotografie gehabt hat. Und das sieht man auch, glaube ich, in meinen Bildern auch so ein bisschen auch wieder. Wenn du mit People-Fotografie bist, sollte man sich vielleicht auch auf einen speziellen Bereich wie zum Beispiel Studio und Lichtsprache und Make-up und sowas konzentrieren und da wirklich die ganze Energie reinsetzen. Also versuche, in dem Bereich immer viel zu machen, immer mehr zu machen und dann wird man automatisch immer besser. Natürlich spielt dann auch so ein bisschen vielleicht das Talent auch noch so ein bisschen mit rein oder was für einen persönlichen Geschmack du überhaupt hast. Jeder hat einen unterschiedlichen Geschmack für seine eigenen Werke. Da ist das eine vielleicht mehr massenkompatibel, das andere ist eher sehr speziell. Aber wichtig finde ich zum Beispiel, sich wirklich auf einen Bereich wirklich zu konzentrieren und dabei zu bleiben und das auszuarbeiten. Ich habe einen großen Pool an Bildern, die ich mir aus dem Internet gespeichert habe. Alles, was mir gefällt, irgendwie landet da drin. Das muss noch nicht mal ein spezielles Bild sein, sondern oftmals ist es einfach nur irgendwie, da war mal irgendwas, irgendein Gefühl, irgendwie so eine Bildidee, die ich da irgendwann mal gesehen habe. Dann gucke ich da in diesen Pool rein und dann sehe ich, das ist eigentlich ganz cool, das könnte man mit dem anderen kombinieren und dann setzt sich diese verschiedenen Ideen nachher zu einem Puzzle zusammen und das dient bei mir dann immer als grobes Grundgerüst. Ich habe dann auch so ein paar Make-up-Sachen, die ich da nochmal raussuche und dann mit in dieses Moodboard reinpacke. Ein paar Bilder teilweise auch zur Lichtsetzung, wo mir einfach die Lichtstimmung gefällt und wo ich dann auch schon abschätzen kann anhand des Bildes, wie ist das eigentlich aufgebaut, das Licht. Weil mit der Zeit entwickelst du ein Gefühl für die einzelnen Lichtformer, Lichtquellen und welchen Abständen und dann kannst du anhand dieser Bilder, die man im Internet sieht, ungefähr abschätzen, da hat eine große Softbox gestanden, da muss irgendwie was Hartes an Licht gewesen sein und dann kann man aus diesen Bildern, wenn man es versteht, wie es gemacht wird, solche Sachen dann halt aufbauen. Und dann die Sachen packe ich dann alles zusammen in ein Moodboard. Die kriegen dann Make-up-Artist und Modell, damit die auch direkt wissen, woran sie sind. Weil im Endeffekt ist es so, dass es grundsätzlich immer was anderes bei rauskommt, als man ursprünglich geplant hat. Meistens entwickelt sich dann irgendwie bei dem Fotografieren irgendwie, vielleicht so klappt es nicht, so muss man es vielleicht ein bisschen anders machen und ja, dann kommt am Ende was ganz anderes raus, als ursprünglich das Moodboard gezeigt hat. Man will ja auch mehr oder weniger adaptieren, aber nicht kopieren. Ja, also ich muss sagen, ich bin Technik-Nerd und wenn so ein neues Produkt auf den Markt kommt, irgendwie mit dem man noch nie gearbeitet hat, ist es immer interessanter, als irgendwie mit Blitzen zu arbeiten, mit denen man schon seit Jahren irgendwie tätig war. Lampen hauen, 33.000 Lumen raus, das ist einfach nur faszinierend, dass da so viel Lichtleistung aus so einer kleinen Idee rauskommt. Und allein schon aus dem Grund ist es faszinierend. Und das Arbeiten ist halt auch ein bisschen anders. Ich finde es insbesondere interessant, wenn man mit den neuen spiegellosen Kameras arbeitet, weil da sieht man wirklich irgendwie genau das, was nachher auf dem Bild entsteht. Da werden auch die Blendzahlen irgendwie auch direkt mit irgendwie als Vorschau angezeichnet, so wie bei der Spiegelreflexkamera, wo man natürlich durch den Sucher nur die Offenblende immer sieht. Und so hat man auch, wenn man abgeblendet hat bei den spiegellosen Kameras, direkt das Endergebnis schon direkt irgendwie in der Vorschau. Und das macht unheimlich Spaß, dann da auch so zu arbeiten. Das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt. Der Spaßfaktor ist einfach unheimlich hoch mit diesen LED-Lichtern. Ich denke, die Lichtleistung ist bei LED-Strahlen nicht das Problem, nicht der Faktor. Man kann irgendwie mit den modernen Kameras immer noch mit den ISO-Zahlen hochgehen. Bis 800 ist das überhaupt kein Problem. Das ist so viel mehr Lichtleistung, die nachher auf dem Sensor irgendwie ankommt oder im Bild nachher ankommt, dass es eigentlich meistens kein Problem macht, auch mit größeren Blenden zu arbeiten. Es kommt natürlich immer noch ein bisschen darauf an, welche Lichtformer benutzt du? Benutzt du eine riesengroße 1,50 Meter Softbox oder benutzt du irgendwie einfach einen kleinen Beauty-Tisch? Und wie nah bist du dem Modell oder das, was du ausleuchten möchtest? Die Sachen spielen ja alle irgendwie rein, wie viel Lichtleistung am Ende ankommt. Oftmals bin ich bei meinen Bildern trotzdem bei ISO 100 und bei einem 160. und 250. Sekunden Belichtungszeit. Das reicht vollkommen aus. Wenn man Ganzkörperaufnahmen machen möchte, man möchte irgendwie was in Bewegung machen, wo es auf kürzere Verschlusszeiten ankommt, dann muss man einfach mit dem ISO hochgehen. Aber das ist heutzutage bei den Kameras kein Problem mehr. Ich glaube, für das Arbeiten mit dem Modell gibt es keinen richtigen Leitfaden. Wenn ich zum Beispiel, wie in meiner Fotografie, sehr aktiv, körperlich aktiv bin, viele Blickwinkel suche, nah ran gehe, wieder weg. Und ich merke dann, dass das Modell das reflektiert. Das geht auf sich raus. Das gibt selber auch Gas. Für mich ist es ein wichtiger Punkt, bei einem Shooting zu erkennen, passt das miteinander? Was muss ich machen? Auf was muss ich eingehen, damit das von der Sprache her stimmt? Manchmal merkt man auch wirklich, man ist auf einer Welle. Man ist irgendwie in einem Fluss von den Bewegungen. Dann passt das super. Ich bin immer offen für alles. Ich gebe Workshops, ich stehe mittlerweile teilweise auch auf kleineren Bühnen und halte irgendwie Vorträge. Alle Sachen, die habe ich mich früher nie drin gesehen. Aber man wächst so langsam in diese Situation rein, man kann damit umgehen. Und ich glaube, das wird mich einfach immer weiter und weiter treiben. Und ich sehe immer rückblickend, was in einem Jahr bei mir selber an Bildsprache und an das, was Ergebnisse sind, nachher was daraus gekommen ist und was für eine Steigerung immer noch möglich ist. Und so bin ich eigentlich guter Hoffnung, dass ich immer noch weiter mich entwickeln kann und einen draufsetzen kann. Okay Leute, das war's. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und konntet einige Informationen, ein bisschen Wissen mitnehmen. Und wenn ihr noch Interesse habt, noch mehr zu erfahren, dann besucht einfach meine Workshops. Tschüss!